Das geilste war ja gestern, Heiko, wo wir zwei unten waren, du mit Flash und ich mit irgendwem und die Gegnern Korki hatten, ne? Wie kann man denn fahren hier? Up! Dann aufm Weg! Ok, lol Alter Sag doch was, ich hör dich doch, du scheiß Kackhaufen! Das war die Katharina, wo wir pingten. Ach so. Ich hab keinen Warner mehr. Aber die Reaktion wieder, ne? Katharina pingt uns Heiko. Heiko riecht sich erstmal über mich auf. Der steht neben mir und teleportiert sich weg. Das ist so ein Spacken, ne? Der haut drauf. Kriegst du Hut. Ja. Gerade noch so, ne? Und jetzt rennen. Da kommen zwei. Umdrehen. Oh mein, wir hätten fast noch erwischt. Piu. Jimmung. Das war die Masch. Ja. Die Masch. Das war die Masch. Mittal, nach. Ich hab die Masch. In der Leitungen. Drei mit. In der Leitungen. Das war die Masch. Die, die Masch. Die Masch. Und das ist ja so. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war jetzt nicht geplant. Ich glaube, die verfolgen mich jetzt so ganz unauffällig. Oh nein, ich war gecrabt. Das war's für heute. 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 im alle vorliegen ja nicht nun nun hallo vorliegen die ist auch heute zu stellen 0 wer ist das andere heiko hallo heiko Lukas halts im Maul heiko gehst du heute auch zum Stefan ja ja echt was spielt denn hier da gerade das weißt du genau ja 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 joh ja ja ich die Ja. 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 Die fliegen voll. Ja. Danke. Echt Freddy, danke. Ja. Ja, das war der Kling. Aber das hat jeder geliebt. Ehh. Ehh. Ja. 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 im die hohen natürlich ich denke muss erst vor allem drehen Und du lädst den Fall auf und ich versuche die Gegner immer reinzuziehen, ok? Wir haben das zupper gemacht, aber so viel Schaden machen wir nicht, obwohl wenn es komplett aufgeladen ist, mache ich schon. Das klappt, das wird von Assi. Ich mache die Musik auch an. Was ne Pitch. Alter, also, boah. Alter, jetzt bin ich gespawnt, jetzt habe ich es nochmal gesehen. Ne, der ist Level 2. Fortzdem. Minions, Obacht. Ok, das war's. Ah, ne, das war's halt nicht. Ok. Loool. 4-1. Schon irgendwie witzig. Das ist mega geil. Ja, das müssen wir öfters spielen. Oso, wie? Das ist, was das heißt, wir treffen jetzt. Was ist das Ding? Und, wie ist das, dass der Sattel der Sattel ist? Das ist mega geil. weitermachen. Obwohl ich nicht. Wie ist das denn? Ich bin da. Die sind gerade im Moment ohne. Die sind die Sattel. Oh, weil wir haben das nicht mehr. Ach, das ist ja. Ja, ich bin da. Simon, ich spür, der Busch ist gut. Die Musik ist auch voll passend zum Warten. Sobald du grabst, kann ich vermannen, das haut dann auch hoch. Aber komplett aufgeladen ist besser. Der ist dann komplett aufgeladen. Oh, warte mal. Oh, oh. Arschlöcke. Das ist voll geil, das ist echt geil. Ich springe auf dich zu. Jetzt suchen wir uns im Busch. Ah, nur den. Das ist das... Wow. Ich hab's erwischt. So macht man das. Nicht, doch, genau so macht man das. Boah. Simon, Dracke. Ja. Sicher, ich mag jetzt gut zu Timo gehen. Das ist so lächeliger gewesen. Wie. Das ist so Eis. Ach füüüüüü. Ohle, Katja, hast du das gesehen? Du spielst ja auch, dir. Ja, freilich. Ja, freilich. Ich hab keine Lust. Das ist dann.